Freunde, heute geht es zu einem verlassenen Bunker. Hinten sind die Jungs. Wir haben einen drei Stunden Wanderweg vor uns. Also ein ganz schönes Stück. Vorne ist der Wald. Werdet ihr gleich sehen. Willst du uns verarschen die ganze Zeit? Was bist du für ein billiger Dings? Was ist denn das? Freunde, noch zwei Stunden bis zum Bunker. Hier mit den Jungs. Memoli hinter der Kamera. Es gibt zwei Möglichkeiten vom Weg. Du bist der billigste. Diese. Dann laufen wir hier durch den Wald. Aber dann kommen wir hier zum Dorf. Und dann nochmal in den Dorf. Und dann sind wir da. Ja, da sind wir im Wald. Oder wir laufen hier. Dann sind wir hier. Den Weg. Und dann sind wir am Rand des Waldes. Und dann laufen wir kurz an so einem Restaurant vorbei. Wir gehen jetzt einfach zum Wald. Guck mal, du standst da die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und da hast du die ganze Zeit gesagt, wir müssen hier hochlaufen. Und jetzt auf einmal. Ja, warte doch mal. Immer wenn irgendwas kommt, wo die Wege sich aufteilen, sind wir erstmal immer falsch. Ja, weil ich doch der Navigator bin. Navigator. Ja, und das ist ja das Problem, man. Du musst ein besserer Leader werden, man. Weißt du? Warum kannst du nicht richtig, Renner, Gewicht? Ja, Navigate. Okay, 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 okay. Es reicht. Ich bin der Führer. Ihr merkt. Viele Diskussionen. Streit um den Navigator. Der macht seinen Job nicht richtig. Ich bin der Führer. Doch, ich mach ihn richtig. Nur ihr lauft immer vor und denkt. Ja, dann führ doch mal. Dann mach Ansagen. Dann Retto Leader. Hab ich doch. Gar nicht ran. Du merkst dann nur eine Sache. Lauf immer einen Schritt hinter mir. Scheiß drauf. Freunde, bis gleich. Dann musst du niemals zurücklaufen. Hier weiter oder da hoch? Weiter geradeaus. Boah, aber voll das Fies. Super schick, hier. Boah. 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 Was sagst du zu der aktuellen Lage? Richtig nice. Das müsst ihr wieder machen. Vor allem immer so durch diese Wege. So macht am meisten Bock. Da wo seit langer Zeit kein Auto mehr gefahren ist. Du hast doch voll auf die Nackt Schnecke gelegt. Ja, ich? Material, Digga. Wir können doch die ganze Zeit nur die langweiligen Wege laufen. Wie leid ihr denn? 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 Das ist so schnell real. Wie leid ihr denn lasst von unten? Oh, das ist gut. Ja, das Besides. Das ist genial. girls eins, Papa. freunde wir überlegen gerade hier die abkitzung geradeaus durchzunehmen ist ein bisschen steil aber ich denke wir schaffen es wenn dafür kommt ja was jetzt wollen wir auch so rum oder wo ja komm ich gehe hinter dir kurz ding kurz vorbereiten wir haben es gleich geschafft was sagst du dazu ich bin froh dass wir das schaffen weißt du was halt das risiko ist wir wissen nicht dass das für ein bunker ist ob wir rein können wenn am ende alles umsonst war es auf jeden fall sauschade freunde egal der weg ist das ziel ja kann man auch so sagen der weg ist das ziel trotzdem wir müssen hier berge besteigen das muss sich auf jeden fall austragen oh Junge kein stein schmeißen freunde wir haben es gleich geschafft der freut sich hier schon ganz besonders als Maulmann jetzt muss ich mich nicht mehr schlafen ja schon da ist es nicht mal da ist es nicht mal Was ist das? Weißt du was das Ding ist Mehmet? Was? Das ist doch noch ein weiteres Lustkreis hier. Junge. Ja das ist das Ding halt. Hör doch mein Rad und wir gehen jetzt einfach. Das war's. Hier kommen anscheinend nicht viele Leute. Nur zwei überall mit Graffiti. Nur so ein paar Putzeleine. Das ist Kacke oder Kacke? Hey rutscht's mal hier. Hier ist eigentlich von Nidro durch. Hier wurde was zu. Vielleicht war der Mann dran. Es wurde zugegeben. Hier steht ne Maschine oder so. Das trägt die halbe Wand. 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 Wie ist das da eigentlich? Junge, die gibt's nicht zu sehen. Nur ein Stein. Total dunkel. Ein Stein. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. fertig. Das war's für heute. Was sind das für Dosen? Ich glaube auch so Farb- oder Lackdosen. Ich glaube der Weg wurde zugemacht. Da war noch ein Anzeichen. Ja dann komm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja das muss irgendwo runter gehen eigentlich. So Freunde, guten Morgen. Hier seht ihr mein Zelt von innen. Das war gestern wirklich sehr sehr anstrengend. Wir sind über 30 Kilometer gewandert. Also mir tut alles weh. Bin sowas echt nicht gewöhnt. Letztes Mal war es ja schon heftig. Aber dieses Mal das hat alles gesprengt. Über 30 Kilometer. Insgesamt über 7 Stunden am Wandern gewesen. Aber muss man mal gemacht haben. Hier seht ihr unsere Zelte. Direkt da geparkt. Dann hier sind die Toiletten. Dann noch andere Camper. Auch viele mit Wohnmobilen. Die Toiletten. Eigentlich sehr gepflegt. Und auch in der Dusche. Ja sieht alles gepflegt und sauber aus. Daumen hoch für das WC. Leute danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Damit ihr beim nächsten Abenteuer mit dabei seid. Es wird wirklich zu wild. Und wenn es euch gefallen hat. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. .